Jetzt so ein kleines Mini-Ding mit drei Wochen oder so. Hast du das Terrarium nicht verkauft? Doch, aber ich habe ein neues ja gekauft. Ein kleineres. Aha. Perfekt aufgegangen. Ich habe es für 50 Euro verkauft und das neue habe ich für 50 Euro bekommen. Aha. Bist ein Schnäppchenfuchs. Du bist der echte Schwab. Bubi, wer guckt, wenn ich mit der Tüte raschle? Was macht er? Wer guckt, wenn ich mit der Tüte raschle? Aha. Oh nein, weg mit dir, Bubi. Nicht jetzt. Viel. Sei brav. Ich glaube, das ist das Einzige, warum wir verdienen, weil da eine Katze unterwegs ist. Ja. Meine Schokolade. Lass den zeressen da verreckt. Nee, warte, ist auch ein Hund. Mal schnell schauen, ob er auf Jinx immer noch Hurricane baut oder nicht. Ich könnte sagen, dass die neue Stimme in LOL scheiße ist. Ah, baut ihn immer noch. Ach, aber doch nicht als First Item. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ähm. Der Typ spielt ungefähr 13 Ligen über dir. Ja. Aber du weißt nicht, wie alt der, wie alt der Dings ist. Es steht immer dran, wie alt die Guides sind. Na, stimmt. Muss ich mal gucken. Ich kann dir aber leider nicht sagen, welchen Patch wir gerade haben. Deswegen kann ich dir leider nicht sagen, wie aktuell der Guide ist. Ähm. Der Guide ist von. 8.10. Dein Mund ist 8.10. Ja, das ist halt jetzt der Patch. Der Guide ist auch von 8.10. Wir sind echt schon bei 8.10? Und er spielt auf Platinum oder Höhe. Ja, also Platinum oder Höhe. Ups. Ja, also wo spielst du? Bronze. Bronze. Ja, Bronze for life. He. Guckst du, der Chin lacht auch schon. Ja. Ja. Ich hab Musik. Ne, der Weltkurs ist auch deutsch. Na ja, weißt du es? Nur weil er deutsch schreibt, heißt nicht, dass er deutsch ist. Ja, das stimmt. Und das war jetzt so geil für dich. Toll. Jetzt hatte Darius meinen Blue Buff. Und was so war. Ich hab dich halt mal gehealt. Ja, danke, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, der Chin ist auf der Top und der Rengar auf der Bot. Ich weiß. Ja, der Rengar ist gerade gestorben. Oh, ich hab gedacht, ich hab Ignite gesetzt. Ich hab übrigens kein Ignite gesetzt. Also Jungs, auf die Gangs müsst ihr ein bisschen warten. Mach ja niemals mit einem Darius im Blue Buff. Ich kann nur in die Hose gehen. Oh, ich hab über fast volle Dämen. Ob ihn. Jetzt hab ich aber Ignite gesetzt. Das Ignite war klar, umsonst. Egal, ich hab gedacht, der Flasch ist jetzt weg. Aber. Warte, wir haben jetzt. Ich hab zwei Supports und hab keine 500 Gold, um zurückzugehen. Was machst du denn? Ich hab kein Wort, aber. Ich auch nicht. Holst du den? Ne, hol ich übrigens nicht, weil der rennt weg. Ja, egal. Dann zu wenig Leben ist perfekt. Können wir auch da bleiben, oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Du holst jetzt erstmal wieder. Ich hab auch keinen Mana mehr. Ja, du holst jetzt erstmal wieder Mana und dann holen wir die. Kann ich denn Mana holen? Geh, weg, 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 weg. Ich glaub. Die Trollen. Möglich. Aber ich hab 5 Uhr. Goal. Ich kann zurückgehen. Oh, da kommt der Jungler. Oh cool. Schade. Ich hab grad gedacht, ich kann ihn in dein Ding greifen. Naja. Das wär geil gewesen. Das macht halt keinen Schaden. Aber... Ich pushe noch einmal rein und dann geh ich back und kaufe ein großes Schwert. Dann ist eh rum hier auf Bot. Ja, jetzt warten wir noch. Das kratzt das Geld ab. Hab ich schon. Bis ich das Scheiß-Eitem gefunden habe. So. Ja, hau noch mal. Nimm noch meinen Power rein. Nimm noch nen Hit mit. Beim besten Willen nicht. Nimm kaum ins großes Schwert und dann ist eh rum auf Bot. Also die Gnade ist auch raus von dem Typ, gell. Wir müssen echt aufpassen auf dieses. Ja, ich hab's gesehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht ins Gebüsch laufen und der dann an uns ran springt. Kein Problem. Aber ich glaub, du wirst jetzt auch richtig tanky dann voll und dann passt das eh. Wir müssen ja eh nur Rüstung bauen in dem Match, ne? Was ist denn das für ne dumme Stimme, ey? Sag ich doch! Nimm zu den Dickens. Siehste, Kevin! Siehste! Mhm. Ah shit, Mann, komm jetzt doch die Lüge. Ich bekomme das! D barf jetzt mit, Trash! Ach, falsche Chat. Wuuuuh 6 killstreak alter fick dich red wieder normal du spaß kann man das ausschalten weiß ich nicht da kann man auch ein spiel zerstören ganz ehrlich danke aber du hast mich gar nicht geheilt ja stimmt ich hätte dich heilen können danke ich hab dich nicht geheilt hier kugel ich habe irgendwie egal das typ hört sich so scheiße an oh ja sound annoncer volume kann man wegstellen aber kann sie nicht umstellen so wie so aussieht na doch das geht bestimmt irgendwie oh team music classic ich glaub ich hab's nicht gesteuert wie und der sound gibt's unten drop down irgendwie da kannst du auf klassiker irgendwas in die stellen angepassten kommentar deaktivieren heißt das so Ich habe eine Überpassung hinter euch Und noch weiter Uh oh Sorry Ja, ich habe den Heal für dich gesetzt Vorher, ja passt Schienen Tower Idiot Oh Mann, ne Ich glaube ich ist halt echt weit runter getroppt Das glaube ich auch gerade Ich baue gerade schon auf Hurricane, also ich habe schon Klingel in Endlichkeit fertig so nach 9 Minuten Also 10 Schaut den Fuck ab Guck mal 4 unten Ne, doch 4 unten geholt Ja ja, 4 waren unten, wir haben glaube 3 geholt Nein, wir haben alle 4 geholt Wir haben alle geholt, sehr gut und einer ist gestorben Ja, du Ja ich, weil ich meinen Heal für dich geused habe Der Tower ist ja down, oder? Ja ja, der ist da Ey, ich bin doch nicht da Jetzt bin ich da Jetzt kommen wir rein Genau, gebt Kevin auch mal einen Kill Ich habe schon 2 3 Okay Ja, nehmt wir den Mach mal einen Drachen Jo Oh Oh, ich helfe nur kurz zum Whirlcots glaube ich Ja, ich hoffe, komm ich kann mich tun Nein Darf mal unten drücken Mhm Okay Busy, busy Dann ist weasy Ja Ja, das läuft doch Wo willst du hin Marvin? Äh, ja Nein Graves kommt auf den Momenten, der springt eh gleich Graves kommt von der Seite Ich weiß Schneide mal den Weg ab, wenn die hier lang wollen Jo Nein Unter uns Nee, bitte, das wäre kurz Joa Läuft Ich hab nur 288 Oh Gott, oh Gott ām Wenn's kein S plus gibt Dann weiß ich auch nicht mehr Wahrscheinlich, er ist ja nicht imponisch beschissen Mein Ding auch Ich glaub, es könnte echt eng werden Oh, alle willkommen. Ja, da pushen wir einfach mit da rein. Oh, ich geh mal pack 2,7. Oh, ich geh mal pack 2,7. Ich geh mal schon gar kein Gold mehr. Jetzt fiedet halt unsere Mitte rein. Nice. Komm, wir pushen einfach Mitte weiter. Die müssen eh irgendwann auf die Bot. Ich kill auch 3s. Ja, gut. Hättest was gesagt? Nein, ich will nicht, ich will nicht. Oh, das ist auch schlecht. Da ist er, Flech. Oh, ich hab jetzt gar kein Ding. Warte, ich brauch einen. Ich brauch noch einen zweiten. Ha. Komm, mach mal den Herald, dann geht's pushen einfach schneller. Kommt ihr? Ach so. Warum? Den Herald ist pushen ein bisschen schneller. Ja, warte, ich mach kurz. Bin in hier noch in der Mitte. Dann kann ich zu dir. Brauchst du mich da ernsthaft, oder? Weiß ich nicht. Mach einfach mal, die stören dich eh nicht. Ja, das wärst du nicht zu stören. Ich komm mal kurz. Tu mir dein Gip. Schade, jetzt hab ich's verkackt. Alter, ich hab immer noch keinen Degen. Sonst kann ich mich nicht verwagen. Will auch am Support bekommen. Scheiße. Oh, jetzt haben wir das Ding noch in die Toplane rein. Ja, wir haben immer noch kein Support-Item, Digga. Kein Mord-Item. Ja, sorry. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Aber jetzt. Tja. Herod kommt gar nicht dazu, die Tower anzuhicken. Habe ich auch noch nie gemacht mit dem Herold gefinished. Ich auch nicht. Komm Herold, noch einen Schuss. Mach dir nichts mehr. Ich hab' den letzten Schlag. Ich hab' den letzten Schlag. Ich hab' den letzten Schlag. Ich hab' den Fliegel im Bot. Das war lächerisch. Hör' die P-